So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Let's Plays Samurai Warriors 4, 2. Wir machen die zweite Stage hier auf Bleach of Hornal und wir machen sie auf normal und wie immer viel Spaß mit den Cutscenes. Wir werden dann aber noch Ambrangeten-Karuen kämpfen. Auch die Kono-Karuen-Karuen sind als er langwe Chair und die Kono-Karuen sind aus dem Kamos. Dasass命 auf Bord im Kamoske und der Kone-Karuen-Karuen ist. Uji康、早川殿ら、北条勢は早午前とともに植杉影虎を助けるべく越後に進軍した 約束の章 戸竹の乱 みんな、来てくれてありがとう 北条を守るなんて言いながら、また迷惑かけちゃったな なに水臭いこと言ってるんですか?北条の家族の力、見せつけてやりましょう 俺、北条から離れて不安だった時に、父上や母上に温かく迎えてもらったんだ だから、父上上杉謙信が死んで、家中が分裂して 上杉家が壊れていくのを、黙って見ていられない 俺は、影勝と本気で戦う 父上のいた頃の、強い上杉を取り戻すために よい心がけですよ、かわいいかげとら あやも、北条の家族も、あなたを支えています 強くなったね、サブロー 私たちも頑張ってあなたの想い支えるから 私たちがあなたを見ることがある 厚い较って、 1997、モノシアの枕方は何かで見るか 私たちのお母さんに確認しめて、二人はもう一回見 皆さんが見ることができない 私たちは、仙台が上 vecに戦うか そして、私たちを見ることができない 私たちは、仙台が見るといい 私たちのお母さんに気づいたくらい 私たちが universe感を入れて… 私たちが二人に確認してお伏せたい Dankeschön. Dann einmal da. Dann einmal da. Das war's da. Geben wir da oben noch was? Blau haben wir anscheinend gar nichts. Das können wir machen. Okay. Und rot. Toll. Mal zu viel. Bitte jetzt nicht zum Auswählen, ja. Sonst kann ich mich nicht entscheiden. So. Das passt. Ja, auf ihn wird eigentlich prinzipiell geschissen. Und wir auch noch. Ich mag den Typen überhaupt nicht. Ja, und auflebeln braucht man auch nicht. So, let the battle beginn. Und so wie immer die herrliche Karte. Okay, gut. Geben wir's an. Wir rauchen da gleich mal volle Kanne rein mit dir. So. So, ganz kurz. Geh runter da von deinem Pferd. So. Okay, irgendwas bei ihr da unten ist zu machen. Ich hab keine Ahnung aber was. Ach so, ich muss 200 Typen einfach umbracken. Na dann. Das ist meine leichteste Aufgabe da. So. Haben wir mal numero eins fertig da. Jetzt machen wir mit ihm weiter. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ich weiß nicht. So. Mal da alle schwächer machen. Bis zum geht nicht mehr. So. Du dich aufskilln, du dich aufskilln, du dich aufskilln. So. Ich hoffe die KI rennt da automatisch hin. Ich hab da nämlich noch die Typen mit den Namen. Die möchte ich auch noch fertig machen mit dem. Wenn ich schon mal dabei bin, dann machen wir's wenn schon. Sauber und schnell. So. Da ist offen jetzt anscheinend. Da würde ich gern mal kurz rein. Lucky Lucky machen. Ah, den nehmen wir auch gleich mit da. Für das, dass der so schwach ist vom Level, macht der schon gewaltigen Schaden. Also gewaltig jetzt nicht, aber er macht auf jeden Fall viel Schaden. So. Der Finisher war das jetzt gerade. Das Essen. Ja gut. Kann er mitnehmen. Mir ist wurscht. So. Da möchte ich auf jeden Fall mal reingehen mit ihm. Dann machen wir den ersten. Und dann machen wir den zweiten auch gleich. So. Du kannst eigentlich von mir aus da gleich weiter gehen. Aber das wird er jetzt wahrscheinlich nicht machen. Er wird nämlich wahrscheinlich wieder zurück gehen. So wie ich die KI kenn. So. Die Richtung. Und da haben wir schon Nummer 1. Und wir machen die normale Ultimate. Oh ja, die Frau haben wir schon mal gesehen. Aber ist wurscht. Für die Geschichte, sie wäre der Anführer. Wenn man's nicht durchgespielt hat, müsste man sie die ganze Zeit spielen. Das habe ich auch schon irgendwann einmal erklärt. Und das ist schon längere Zeit. Das habe ich schon einmal erklärt. Das habe ich schon einmal erklärt. So. Da ist Nummer 1. Wo ist 2? Da ist 2. Und wo sind die anderen? Also jetzt müssten es 3 sein. Ich hoffe. Auf jeden Fall sind einmal zwei von mir. Das ist schon einmal gut. Patsch. Sind beide down? Ja, sind sie. Okay. So. Einmal. Haben wir ein bisschen Gold gehabt. Okay. Da können wir einfach durchrauchen. Das passt schon. So. Da kommt er gerade. Auf dich habe ich gewartet. Mein ganzes Leben. So. 4 von 4. Dankeschön. Da können wir wieder durchrauchen. Die Waffe nehmen wir uns mit. Super. Danke. So. Da rauf gehen kann ich nicht. Das ist zu. Aber da ist einer. So. Die normale Ultimate mit ihm. Ja, ja. Die kennen wir auch schon. Jetzt ist er natürlich aus dem Weg gesprungen. Der Wichser. Treffe ich ihn nicht. Noch ein bisschen was. Wenigstens. So. Nochmal der Finisher Mode. Schnell ist er. Das ist das einzige. Aber ich weiß nicht mehr. Ich mag sein Stil nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sagt mir irgendwie nicht so. Nein. Nice. Nice. Sehr gut. Er strengt sich auf jeden Fall an. Die KI. Aber er hat nicht sehr viel auszurichten da. Auch wenn er mich ab und zu da trifft. Aber ansonsten. Nicht wirklich sehr spannend hier. So. 4 von 4. Fertig. Finde ich leiband. So. Geht er die Tür auf? Nein. Ich muss nochmal ganz zurück. Okay. Dann gehe ich mit ihr. Sie ist ein bisschen näher. Aufskillen brauchen wir uns nicht. Oh. Ich sehe ihn gerade. Ja, ja, ja. Ich sehe ihn gerade. Er kommt gerade da raus. Moment. Jo. Da kommt er gerade. So. Weiter mit dir. Ähm. Na, 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 na. So. Da jetzt. So. Wenn ihr alle drei da zusammenbleibt. Das wäre mir sehr, sehr recht. Nein. Der bewegt sich natürlich wieder weg. So wie eh und je. So. Da man Typen. Ich bin gerade dabei. Kannst du mir auch einmal ein bisschen Zeit lassen? Oder. Ich weiß ja. Ich kann nicht. Ich kann nicht 150 Leute auf einmal ausschalten. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. So. Geht schon. Hau rein. Hast du den zweiten auch gleich mitgenommen? Ich glaube schon, oder? Ja. Sehr brav Mädchen. Sehr, sehr löblich von dir. So. Wir müssen. Jetzt haben wir da wieder die Nächsten. Wie soll ich denn das machen, ne? So. Rein mit der Ultimate. So. Wie viele muss ich ihn da jetzt noch umbringen da? Da kommt schon wieder der Nächste. Die kommen eh alle zu mir, oder was? Ich brauche gar nicht weggehen da. Ich versuche mich alle zu attackieren. So. Der Finisher-Mode mit ihr. Schaut auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. So. Da haben wir den Nächsten. So. Zack. Auch weg. Fünf von sechs. Super. Danke. So Erfahrungspunkte. So. Da ist schon wieder der Nächste. So. Sechs von sechs. So. Kann ich jetzt endlich... einen Schuch da rauf machen? Anscheinend? 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 So. Und da rechts. So. Wie viele sind denn das? Eh nur drei. Um Gottes Willen. Die werden da einfach nur angegriffen. Aber bis jetzt haben sie noch kein Leben verloren. Die Waffe können wir mal mit ihm mitnehmen, falls ich nochmal mit ihm zocken muss. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. 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 Alla Flash. Zack. 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 So. Dann gehen wir da rauf. Und dann gehen wir da rechts runter. Nein. Das geht gar nicht. Um kurzes Spiel. Okay. Wulscht. Die KI wird schon hingehen. Machen wir den einmal da. Zack. Boom. Gegen die Luft. Aber trotzdem. Der Luftstoß hat ihn getötet. Yeah. Wir sind so mächtig. So. Da können wir uns dann mal die Ultimate anschauen. Falls ich beide da finde. Aha. Es sind ein paar mehr. Vielleicht drei sind das. Da hinten war noch einer. Aber den werde ich jetzt nicht treffen. Aber es ist wurscht. So. Das ist die super Ultimate von den Typen. So. Beide down. Nehme ich mal stark an. Einmal. So. Zweimal. Ich hab keine Ahnung. Der zeigt mir an, dass ich da runter gehen muss. Dann machen wir das auch. Natürlich. So. Da sind's schon. Kagekora-Samo war ja harri Suga-Gao-Jon. Jummi-Dorri de gozai-mach. Kagekora-Samo war ja harri Suga-Gao-Jon. Kagekora-Samo war ja harri Suga-Gao-Jon. Kagekora-Samo war ja harri Suga-Gao-Jon. Das war der erste in der Map. Ich hab's nicht. Zumindest hab ich keinen gesehen. So, wir müssen da weiter runter. Aber ich mach jetzt trotzdem die da oben fertig. So. Wieder der Finisher-Mode mit ihm. Ja, essen hat er fallen lassen. Das interessiert mich weniger. So, die Baracke gehört auch uns. Ähm. Da hinten liegt das Item. Okay. Ja, wie wär's, wenn du das auch mitnimmst, ne? Danke. So, nochmal eins. So, und sie ist schon dort. Sehr, sehr geil. Da können wir schon mal die Ultimate wieder reinhauen. Geht, schau, mach. So, beide down, ist eh klar. So, nehmen wir alles mit. Level up. Okay, so, wohin? Ah, da kommen die Nächsten raus. Dann halt den gleichen Scheißdreck noch einmal. Bitte, hau rein, Mädchen. Zeig, was kannst. Ich glaube, sie hat alle wirklich geschottet hier. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt der Computer gar nicht mal mehr mit, die Playstation. Weil ich einfach zu stark bin. Ich bin einfach zu stark. Ich möchte es nicht angeben, aber ich meine das ernst. Ich habe eigentlich die drei abwarten müssen, bis sie angekündigt worden sind. Sie sind rausgekommen und sind gleich von mir geschrottet worden. Aber jetzt da, jetzt passt es wieder. Ja, die Charaktere sind auch stark. Also sie ist ja unglaublich stark. Was das angeht. Sie ist jetzt nicht mein absoluter Favorit, aber es passt. Es passt schon. Um Gottes Willen. So, lauf weiter da. Wenn du schon mal da nach hinten rennst, dann lauf auch. Okay, gut. Anscheinend muss ich den mit ihr töten. Ja, muss ich auch. Und zwar beide auf einmal. Dann können wir nochmal die Super-Ultime draus haben. Wir haben ja genug Zeit. Und genug Kraft mit. Bats! So, zwei von zwei. Gecleart, fertig. Sehr gut. So, wo ist denn jetzt der Boss? Nämlich, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles eingenommen, was wir eigentlich einnehmen hätten müssen. So. Habe ich schon gewonnen? Ich kann nichts machen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, ich habe tatsächlich gewonnen. Das war jetzt schnell. Das war jetzt wirklich schnell. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie eine Map gemacht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Müsste lügen. So, vielen Dank für die ganzen Waffen. Danke für die ganzen Pferde. Danke für die ganzen Totems. Und viel Spaß mit der Katzen. Und viel Spaß mit der Katzen. Ich bin echt cool. Sehr gut. Oh! Das ist ja so jauh! Tohikun. Ich bin so jubelter. Einer, zuhange. Chai, schau dich. Ich bin ich in die ganzen APA. Ich bin nicht bei uns. Ich bin ich nicht bei uns. Ich bin ich nicht bei uns. Habe ich nicht. Ich bin nicht beim Vöger. Ich bin ich noch nicht bei anderen. Das ist es wichtig, dass ich Sie noch nicht bekämpbéigt. Ich bin ich nicht bei uns. Ich habe Angst, dass ich Säbüro war. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut bin. Wenn ich Säbüro war, Säbüro war, dass ich Säbüro war. Frau Frau... Sie sind schuldig. Das war's für mich. Das war auch Rancse. Er hat sich als Mensch zu sein, dass er so sein wird. Ich hatte einen Geist und einen Geist. Ich hatte einen Geist und einen Geist. Ich mache mich. 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 So, das war's mit dem Part. Im nächsten gibt's Battle of Oshikastl. Ja gut, da schauen wir uns aber wie gesagt den nächsten Part an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's euch gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.